Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Krypto-News. Heute wieder ein Update zu XRP, zur Kryptowährung von Ripple und zu einer Chartanalyse. Erstmal, es geht immer noch um den Rechtsstreit SEC gegen Ripple. Da ist immer noch kein Urteil in Sicht. Das führt natürlich dazu, dass der Kurs hier nicht nach oben ausbricht, sondern sich seitlich bewegt und dadurch natürlich auch an der Stärke gewinnt. Wenn wir uns den Chart mal anschauen, da finden wir eine sehr interessante Konstellation und zwar geht es um den Golden Cross hier auf Monatsbasis. Wenn wir uns die 10, die diesen gleitenden Durchschnitt anschauen, auf Monatsbasis, auf 10 Monatsbasis und auf 20 Monatsbasis. 20 Monatsbasis wäre hier die rote Linie und 10 Monatsbasis wäre hier diese violette Linie. Und da sehen wir, dass hier ein Golden Cross hier bevorsteht, kurz bevorsteht. Das heißt, dass diese 10 Monatsdurchschnittslinie die 20 Monatsdurchschnittslinie von unten nach oben durchkreuzen könnte. Wenn das so weitergeht, kurstechnisch mit der XRP und sie sich nach oben etwas entwickelt und wenn jetzt hier noch irgendwelche Nachrichten von dem Rechtsstreit SEC kommen würden, dann würde dieses super Kaufsignal generiert werden, was wir zuletzt im Jahre 20 hatten hier. Und zwar Ende 2020 hatten wir die Situation, dass die 10 Monatsdurchschnittslinie die 20 Monatsdurchschnittslinie von unten nach oben durchkreuzt hat und dann gab es einen Kursanstieg von 21 Cent auf 1,56 Dollar. Das heißt, eine Versiebenfachung des Kurses gab es in diesem Bereich, als dieses Kaufsignal generiert wurde. Das heißt, das letzte Mal wurde das Kaufsignal generiert vor knapp drei Jahren und jetzt steht es kurz davor und könnte natürlich dann den Kurs hier hochkatapultieren, auch wieder auf siebenfache, wenn wir jetzt dann hier von 50 Cent ausgehen und dann das siebenfache wäre dann 3,50 Dollar. Das wäre dann das All-Time-High. Das könnte dann nach oben katapultiert werden. Natürlich mit Hilfe dieses Urteils, was dann verkündet worden würde. Aber wenn natürlich jetzt kein positives Urteil kommt, dann passiert natürlich dieses Kaufsignal mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht. Das heißt also, dieses Kaufsignal ist natürlich abhängig von diesem Urteil. Also es wird wahrscheinlich erst dann generiert, weil dann wird der Kurs sich weiter nach oben stabilisieren und so, dass die 10 Monatslinie, Durchschnittsmonatslinie, die 20 Monatslinie dann von unten nach oben durchkreuzen wird. Und dann könnte tatsächlich eine Versiebenfachung des Kurses Folgen. Wir schauen uns in diesem Zusammenhang gerade noch mal den Bitcoin an und sehen hier auch wieder eine Konstellation, wo die 10 Monatsdurchschnittslinie, die 20 Monatsdurchschnittslinie auch von unten nach oben durchkreuzen könnte. Aber das dauert noch ein bisschen, wie ihr hier seht. Das wird wahrscheinlich erst so Ende des Jahres sein. Ende 2023 hier so in diesem Bereich könnte es sein. Also Ende 2023 könnte hier auch dieses Mega-Kaufsignal generiert werden. Und das könnte ich mir natürlich gut vorstellen. Halfing ist dann kurz davor. Also Halfing ist irgendwann ja im April. Und das würde dann auch wieder dieses Kaufsignal generieren. So wie es hier auch generiert hat, das Kaufsignal. Als hier diese 10 Monatslinien, die 20 Monatslinie von unten nach oben durchstoßen hat und dann der Kurs sich auch verfünffacht hat. Ja, also fast versechsfacht. Also von 9000 hier auf fast 60.000. Das heißt, das ist auch quasi das letzte Mal passiert im Jahre 2020. Das war dieser Bullrun-Zeitraum. Und da ist es beim Bitcoin auch passiert, beim XRP auch. Und beim Ethereum, wenn wir uns sehen, anschauen, genau dasselbe. Und hier sieht es auch wieder so aus, dass hier dieses Signal bald generiert wird. Natürlich nicht so schnell wie beim XRP, aber es ja auch wieder Ende des Jahres so ungefähr. Dann könnte dann dieser Bullrun beginnen, der durchs Halfing dann ausgelöst wird. Also eine sehr, sehr interessante Konstellation, die wir jetzt hier sehen. Und wie gesagt, beim XRP sind wir da ja noch viel, viel näher dran. Das heißt, da könnte ein Kursanstieg schon vorher stattfinden, ein größerer. Natürlich vorausgesetzt, dieser SEC-Streit wird beigelegt oder geht positiv in irgendeiner Form für Ripple aus. Und dann könnte tatsächlich dieses super Kaufsignal generiert werden, welches den Kurs dann nach oben katapultieren könnte. Gut, das war jetzt meine kurze Chart-Analyse zu XRP und auch noch ein bisschen zu Bitcoin und zu Ethereum. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr Kanal abonnieren würdet, damit ihr nichts verpasst von XRP, von anderen Kryptowährungen und auch von Aktien. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss!